Formulare sind oft geschützt, damit man nicht versehentlich diese Beschriftungen usw. verändert. Um den Schutz aufzuheben oder generell das Formular nachträglich zu bearbeiten, brauchst du die sogenannten Entwicklertools. Falls die bei dir nicht sichtbar sind, kannst du sie über Datei, Optionen, Menüband anpassen, einblenden. Hier findest du den Punkt Entwicklertools. Ich klicke nun also auf diese Entwicklertools und hier hast du den Befehl Bearbeitung einschränken. Wenn ich darauf klicke, hast du die Möglichkeit diesen Schutz aufzuheben und jetzt siehst du, kannst du problemlos hier reinschreiben und bei Bedarf den Schutz auch wieder anwenden. Hier wirst du gefragt, ob du ein Kennwort eingeben willst, wenn du das leer lässt. Dann ist es einfach geschützt, aber jeder Mann könnte diesen Schutz auch wieder problemlos aufheben.